Heute gegen Englert Tschechei hat gewonnen, 2-1 Hat schon gegen Tschechei gewonnen? Ja, schau, schau 4-2, komm 2-1 Kosovo ist zweiter Platz Englert beste, Kosovo ist zweiter Heute haben Sie beide Ja, in der Grad Spätthold 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 Heute ist 20 September Sie müssen alle Sie sind in der Köln Sie sind im Laufe Ja Sie sind im Laufe Dann ist er Sie sind im Laufe Sie sind im Laufe Sie sind im Laufe Morgen, wenn ich aufstehe, und die Entschule gehen, muss ich immer halbe Stunde laufen. Also, ich bin jetzt gekommen, Mama. So, jetzt? Ja. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.